Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Heute wieder mit vielen bunten und interessanten Themen, genauer gesagt mit diesen. Ungewohntes Terrain, Volleyballer der United Volleys auch im Beach erfolgreich. Spektakuläre Sportart, die deutschen Meisterschaften im Fahrradtrail haben in Rüsselsheim stattgefunden. Gutes Rennen. Ruderin Leonie Pless erreicht beim World Cup in Polen das A-Finale und ist gleich bei uns im Studio. Der Sommer ist endlich im Rhein-Main-Gebiet angekommen und was machen Volleyballer da? Sie gehen in den Sand. So auch die Spieler der United Volleys. Sie haben einen Ausflug zum Beachvolleyball gemacht und haben am Turnier im Rahmen des Hessentags teilgenommen. Und im Finale haben sich so bekannte Gesichter gegenübergestanden. Die Jungs aus der Halle machen einen Ausflug in den Sand. Gleichzeitig war es das Duell alt gegen jung. Auf der einen Seite die beiden 20-Jährigen um United-Steller Jannis Hoppt. Auf der anderen Seite das Team um den acht Jahre älteren Mittelblocker Lukas Bauer. Um es vorwegzunehmen, es sollte ein unglaublich spannendes Duell werden. Und das auf richtig gutem Niveau. Zusätzlich hatten die Jungs aus der Halle im Sand Spaß, auch wenn es natürlich deutliche Unterschiede gibt. Ja, wir sind zu zweit auf dem Feld. Im Volleyball, in der Halle kann ich mich auf meine fünf Mitspieler verlassen und kann mich auf meine Aufgaben konzentrieren. Hier muss ich alles machen. Jeder ist für alles zuständig. Wir haben uns im Block auch heute abgewechselt. Deswegen, ja, wirklich jedes Element vom Volleyball war heute dabei. Das macht mega Spaß, weil es einfach mal ein bisschen abwechslungsreicher ist. Den ersten Satz konnte das United-Duo-Bauer Krabowski für sich entscheiden. Was die Youngster durchaus überraschte. Und der zweite Satz war Sitz. Wir waren schon ein bisschen perplex. Die haben richtig krass angefangen, muss ich sagen. Sehr gut aufgeschlagen. Und dann war so, okay, erstmal durchatmen. Sind dann in den Satz ein bisschen reingekommen. Aber uns war schon klar, dass das nicht so weiterlaufen wird. Doch das Glück sollte zunächst auf der Seite von Lukas Bauer sein. Der Ball tanzt auf der Netzkante und fällt dann auf die Seite des Gegners. Im Laufe des zweiten Satzes allerdings kam Jannis Hopp mit seinem Partner David Sossenheimer vom deutschen Vizemeister Friedrichshafen immer besser ins Spiel. Gerade für den Steller der United-Volleys war der Ausflug zum Beach eine willkommene Abwechslung. Also macht schon eine ganze Menge Spaß. Natürlich macht mir die Halle auch ziemlich viel Spaß. Sonst würde ich es nicht so viel machen. Aber es bringt einfach mal ein bisschen Abwechslung rein. Ich muss nicht immer nur zuspielen. Ich darf auch mal ein bisschen annehmen, ein bisschen draufhauen. Und super Ausgleich und macht mega viel Spaß. Das jüngere Duo konnte den zweiten Satz für sich entscheiden und somit ausgleichen. Die Anforderungen an die Spieler im Beachvolleyball sind deutlich vielseitiger als in der Halle. Jemand der nur annehmen kann, wird nicht gewinnen. Jemand der nur draufhauen kann, wird nicht gewinnen. Du musst zuspielen können, du musst annehmen können, du musst einfach alles können. Also du musst entweder nur blocken oder abwehren können. Aber vom Rest her musst du halt ein richtiger Allrounder sein. Und der andere große Unterschied ist, dass nur zwei Spieler sind. Du kannst nicht ausgewechselt werden, wenn du Scheiße baust. Bei hohen Temperaturen entwickelte sich auch ein spannender dritter Entscheidungssatz. In dem sich dann aber das Duo Hopp-Sossenheimer durchsetzen konnte. Die das Spiel in Satz 2 und 3 gedreht hatten. Sehr zum Leitwesen von Bauer Grabowski. Ja, wie gesagt, deswegen sind wir jetzt ein bisschen traurig. Trotzdem haben wir uns das vor dem Turnier nie zu hoffen gewagt. Ja gut, wir hätten ein bisschen mehr Druck machen müssen im zweiten Satz mit dem Aufschlag. Aber ist okay, alles gut. Der Matchball im Gegensatz zum restlichen Spiel eher unspektakulär. Das allerdings war Jannis Hopp und David Sossenheimer völlig egal. Sie waren über den Turniersieg einfach nur glücklich. Wir wechseln die Sportart, bleiben aber beim Hessentag. Denn hier haben am Wochenende die deutschen Meisterschaften im Fahrradtrailer stattgefunden. Eine sehr spektakuläre Sportart mit einem erwarteten Sieger. Dominik Oswald hat seinen deutschen Meistertitel verteidigt. Der ehemalige Weltmeister setzte sich souverän im Finale gegen die beiden Konkurrenten durch. Dabei hat das für ihn alles andere als gut angefangen. Denn direkt in der ersten von sechs Sektionen hatte Oswald große Probleme. Der Baumstamm knapp zwei Meter groß. Er kommt fast hoch, muss dann aber einen Fuß absetzen, was kein großes Problem ist und nur einen Strafpunkt gibt. Doch dann kann er das Gleichgewicht nicht mehr halten und landet auf dem Boden. Und bekommt somit die Höchststrafe für eine Sektion, fünf Strafpunkte und rutscht auf den letzten Platz zurück. Damit war der große Favorit natürlich alles andere als zufrieden, wusste aber, dass noch fünf weitere Sektionen auf ihn warten. Wichtig ist, dass man sich da nicht deprimieren lässt davon, sondern es eher als Motivation nimmt, in der nächsten Sektion noch mehr Gas zu geben. Und vor allem ist das Wichtigste, da einfach die fünf hinzunehmen und einfach abschalten und zur nächsten Sektion gehen. Das ist A und O. Das fällt teilweise schon ziemlich schwierig, auch mir. Aber ich habe mir einfach gesagt, okay, das passiert, du kannst dich mal rückgängig machen, aber jetzt mach einfach das Beste draus. Und von dem her konnte ich das relativ gut verarbeiten. Beim Fahrradtrail geht es darum, mehrere Hindernisse in einer Sektion zu überwinden. Der Parcours ist vorgegeben und die Fahrer haben zwei Minuten dafür Zeit. Bei Fehlern, wie beispielsweise einen Fuß absetzen, gibt es Strafpunkte. Die Fahrer brauchen Kraft, Konzentration und vor allem ein gutes Gleichgewichtsgefühl. Ja, das ist auch ganz wichtig. Aber dieses Gleichgewicht kommt eigentlich durch die Fahrpraxis. Ich sage mal, wenn man jeden Tag auf dem Rad steht, dann hat man automatisch das Gleichgewicht. Natürlich, wir Große trainieren immer noch, über kleine Baumstämmen zu fahren, weil es ja immer wichtig ist. Aber natürlich, ja, das kommt einfach mit der Fahrpraxis, das Gleichgewicht. Die Leistung der Sportler grenzt an die von Fahrradartisten. Nur wenige Zentimeter reichen aus, um das Fahrrad auszubalancieren, sich zu drehen und auf den nächsten Sprung vorzubereiten. Die Entfernung zwischen zwei Hindernissen kann bis zu drei Meter groß sein. Auch bei den deutschen Meisterschaften hatten die Organisatoren spektakuläre Sektionen aufgebaut. Um allerdings alle Hindernisse zu überwinden, muss nicht nur der Sportler fit sein, auch das Fahrrad und vor allem die Bremse. Die Bremse ist quasi unsere Lebensversicherung. Also die Bremse ist auch am Fahrrad, wenn sie nicht funktioniert, dann eine ganz schlimme Folge haben. Wir müssen unserer Bremse quasi unser Leben anvertrauen. Und von dem her muss sie wirklich ziemlich gut sein. Die Tatsache, dass Dominik Oswald den deutschen Meistertitel verteidigen wird, war bereits vor der letzten Sektion klar. So groß war sein Vorsprung. Somit konnte er seinen letzten Auftritt in Rüsselsheim genießen. Und freute sich umso mehr, als er mit erneut null Fehlerpunkten im Ziel war. Jetzt ist erst einmal Urlaub angesagt. Jetzt habe ich erst einmal zwei Wochen Pause. Danach gehen wir nach Österreich zum nächsten World Cup. Und ja, dann kommen noch einige World Cup dieses Jahr. Und am Ende des Jahres fliegen wir nach China zur Weltmeisterschaft. Dort möchte Dominik Oswald zu den besten fünf Fahrern der Welt gehören. Übrigens, nicht nur auf dem Fahrrad war er der Schnellste. Auch im Sektflaschenöffnen lag er klar und deutlich vor seinen Konkurrenten. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter. Dann mit der Sportart Rudern. Gutes Rennen. Ruderin Leonie Pless erreicht beim World Cup in Polen das A-Finale und ist gleich bei uns im Studio. Wir sind wieder zurück und sprechen jetzt über eine Sportart, die gerade bei Olympischen Spielen, also alle vier Jahre, für Deutschland richtig viele Medaillen Einheims. Und auch in Frankfurt ist man da sehr erfolgreich. Ich rede von der Sportart Rudern. Bei mir Leonie Pless von der Rudergemeinschaft Germania. Hallo und herzlich willkommen. Du bist gerade eben erst vom Weltcup aus Polen gekommen. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Du fährst im Leichtgewicht Zweier. Für die, die sich mit Rudern nicht so auskennen, was ist das für eine Bootsklasse? Ja, wir sitzen mit zwei Leuten, also zwei leichten Frauen, die im Schnitt nur 57 Kilo wiegen dürfen und maximal eine 59 und die andere eben 55, wenn man sich ausgleichen kann. Wir sitzen in einem Boot, einem Zweier und ja, der Leichtgewicht ist Doppelzweier. Das ist unsere olympische Bootsklasse, die einzige für die leichten Frauen. Das heißt, das war dann auch für dich, du bist ja auch schon Einer gefahren, auch schon Vierer gefahren. Das war für dich aber die Entscheidung Zweier, weil es eben das einzige Boot für euch Leichten ist, die da wirklich Olympiastatus hat. Genau, also ich war schon oft im Einer unterwegs, das habe ich auch genossen, aber jetzt habe ich eben durch den Sieg bei den deutschen Meisterschaften im Einer die Möglichkeit gehabt, mich auch wirklich für den Zweier zu qualifizieren und da jetzt auch sicher drin zu sitzen. Und das nutze ich natürlich, in einem olympischen Boot zu sitzen, ist toll und ja, schauen wir mal, wie die Saison weiterläuft. Das heißt, du musst auch extrem auf Ernährung achten oder wie hat man sich das vorzustellen? Ja, klar, Richtung Saison müssen wir natürlich darauf achten, dass wir dann schon mal so an so 59 Kilo rankommen, die wir im Einer auf jeden Fall haben müssen. Und dann, wenn es dann in die Mannschaftsbude geht, die 57 Kilo, da muss man sich schon ein bisschen zurückhalten, abends mal auf Kohlenhydrate verzichten. Aber ich habe das Glück, dass ich da noch nicht ganz so an meiner Grenze bin. Also ich bin relativ klein noch im Vergleich zu anderen Sportlerinnen, deswegen ist es mit dem Gewicht nicht so schlimm. Und in deinem Profil steht auch eine deiner Leidenschaften, Schwedenbomben. Das hört sich nach wahnsinnig vielen Kalorien an. Was ist das? Ja, Schwedenbomben gibt es eigentlich, glaube ich, nur in Österreich. Ja, wie gesagt, auch Teil meiner Heimat, wenn ich nach Österreich komme, sofort in den Supermarkt und Schwedenbomben. Und das sind so kleine Mohrenköpfe, die ein bisschen anders schmecken noch als hier, aber lecker sind. Wenn wir wieder zur Sportart zurückkommen, Rudern, was macht für dich die Faszination der Sportart Rudern aus? Ja, Rudern, klar, es ist an der Natur. Ich liebe das, da auf dem Wasser zu sein, vor allem im Einer irgendwie so für sich zu sein, eine Bewegung zu haben, die man da 90 Minuten am Stück durchführen kann. Und ja, auch den Umgang mit den anderen in der Trainingsgruppe, gemeinschaftlich in ein Trainingslager zu fahren, ist einfach schön. Also ich bin gern unter Ruderern. Du ruderst jetzt für die Germania in Frankfurt, du bist in Kassel geboren. Wie überhaupt dort zum Rudern gekommen? Ja, in Kassel gibt es für jedes Gymnasium einen Ruderverein und mein damaliger Klassenlehrer hat Mädchen und Jungen aufgefordert, kommt doch zum Rudern, vor allem Große und Starke. Ja, dann kam ich, kleines Mäuschen und ja, aber ich habe mich durchgesetzt und bin dann weiter im Verein und ja. Das heißt, über die Schule dahin gekommen, dann zum Verein. Und wann hat sich denn so rauskristallisiert, ich kann das eigentlich ganz gut? Ja, ich muss sagen, am Anfang war es eigentlich eher so, dass ich immer hinten dran war, als Juniorin gerade irgendwie nicht so schnell unterwegs gewesen. Es kam relativ spät bei mir, erst 2010, wo ich dann nach Frankfurt gekommen bin, wo ich schon am Ende meiner U23 Jahre eigentlich war und immer nur so, naja, vielleicht auf Medaillenkurs auf deutschen Ebenen war, aber nie, dass es international weitergehen könnte. Und dann habe ich gesagt, naja, ich probiere den Schritt nochmal 2010 und komme nach Frankfurt, weil da eben eine große Trainingsgruppe war, neuer Trainer. Und ja, dann auf einmal innerhalb von wenigen Wochen kam die Leistungsexplosion und ja, ab da ging es bergauf. Auf was ist dann, das auf einmal zurückzuführen? Du hast gesagt, es wurde vielleicht ein bisschen anders trainiert. Was war denn auf einmal anders? Ich denke, das Ganze drumherum mit der Trainingsgruppe. Es waren noch vier weitere leichte Frauen dabei, mit denen ich mich im Training messen konnte. Ja, das Training war ganz anders aufgebaut. Der Trainer hat genau gewusst, wo er da bei mir ansetzen muss, auch technisch und physisch. Und physisch ist es bei mir schon immer relativ gut gewesen. Da muss einfach nur das Potenzial, glaube ich, ausgeschöpft werden. Und ja, das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren ganz gut geschafft. Bereits bei der U23 WM 2010 Silber geholt. War da schon klar, also das soll schon nochmal richtig erfolgreich werden? Ja, damals habe ich mich natürlich gefreut, dass ich endlich auf WM durfte. Das war so das größte Ziel. Danach war ich ja direkt im A-Senioren-Bereich. Das heißt, erstmal schwieriger Übergang. Und da war ich auch selbst überrascht von mir, dass die Leistung dann doch noch so stark anstieg, dass ich dann ja 2012 mich schon auch unter die ersten vier gerudert hatte, sodass ich als Ersatzfrau mit nach London genommen wurde. Also ich hatte nicht damit gerechnet, aber klar habe ich mich gefreut, dass das dann so schnell ging. Kommen wir zum aktuellen Jahr, zur aktuellen Saison 2017. Wie läuft es? Wie bist du bisher zufrieden? Ich bin eigentlich gerade sehr zufrieden, gerade so, wie ich mich im Einer entwickelt hatte, dass ich mit relativ wenig Aufwand aufgrund meines Referendariats so starke Leistungen auf dem Wasser und auf dem Ergometer bringen konnte. Und ja, jetzt mit dem Sieg bei den Deutschen direkt an den Doppelzweier gekommen, mit der zweitschnellsten Deutschen zusammen. Wir rudern seit ein paar Wochen zusammen und hoffen natürlich, dass wir uns jetzt über die nächsten Wettkämpfe noch mal ein bisschen steigern können, damit es dann auch wirklich ein schneller Zweier wird. Und am Wochenende war ja der Weltcup in Polen. Da wollen wir jetzt gleich mal auf deinen Lauf drauf gucken, denn da wart ihr mit dabei. Wir sehen jetzt hier die Bilder. Kannst ja gleich mal ein bisschen was zu sagen. Ihr seid die Zweiten von oben, spricht das gelbe Boot. Und der Start war gar nicht so schlecht. Genau. Also wir sind das gelbe Boot. Ganz klar erkennbar. Am Start kommen wir immer relativ gut raus. Wir hatten gehofft, dass wir vielleicht sogar in erster Position liegen würden. Aber da war ein leichter Seitenwind, der uns ein bisschen in die Bojen getrieben hat. Aber trotzdem sind wir auf den ersten 500 ganz gut mitgefahren. Da waren wir auf Platz zwei oder auf drei nach 500. Wir sehen jetzt das Boot ganz oben. Genau. Jetzt sind wir schon bei 1000 Meter. Da haben wir immer so ein bisschen das Problem, den Kontakt zu halten auf den dritten 500. Da fahren uns die Mannschaften dann so ein bisschen weg, wie man jetzt gerade sieht leider. Ja, wir haben trotzdem gekämpft. Aber wir müssen da deutlich an unserer Zusammenarbeit arbeiten. Dass wir noch besser zusammenrudern. Dass man, wenn auch noch 1000 Meter müde wird, trotzdem technisch sauber bleibt. Und ja, am Endspurt haben wir uns noch versucht, ranzukämpfen. Aber die anderen Mannschaften sind einfach super stark gewesen. Ja, also der Sieg ging nach China. Du hast gesagt, da muss noch mehr Harmonie einfach ins Boot. Ihr rudert ja noch gar nicht so lange zusammen. Für den Laien sieht das hundertprozentig synchron aus. Für den Fachmann, was muss da noch besser werden? Ja, wir haben beide sehr unterschiedliche Technikvorstellungen oder Stile, sage ich mal. Und die müssen sich erst mal angleichen. Ich meine, ich bin die Schlagfrau. Ich gebe den Takt vor. Und da muss Vifini, glaube ich, auch ein bisschen mehr Raum geben, dass das dann auch irgendwann gut klappt. Aber da müssen wir einfach vorne beim Greifen im Wasser gemeinsamer sein. Und dann geht das Boot schneller weg. Das schaffen wir auf den ersten 1000 Metern ganz gut oder am Start. Aber sobald dann der Körper müde wird, fällt man in seinen alten Ruderstil zurück. Und dann passt nicht mehr ganz so gut zusammen in zwei Jahren. Aber ihr wart jetzt zumindest schon mal im A-Finale. Das heißt, die Bilanz aus Polen. Bist du zufrieden? Ja, wir hatten eigentlich einen super Hoffnungslauf hingelegt, wo wir mit den Britinnen mitgefahren sind. Eigentlich schon bis auf den letzten Schlag vor denen waren. Das ist im Finale uns nicht ganz gelungen. Aber wir sind froh, dass wir im Finale waren. Fünfter Platz ist eigentlich auch ganz gut. Wir wären gerne näher dran gewesen vorne. Aber wird vielleicht noch. Wir haben es eben auch gesehen, der Start war richtig gut. Was zeichnet denn so eine Startphase aus? Ja, also ich glaube, wir packen da relativ viel Maximalkraft rein. Aber trotzdem sehr viel Lockerheit im Schlag. Das heißt, unser Boot fliegt eigentlich dann förmlich übers Wasser. Das ist so die Kunst. Also maximale Kraft reinbringen, aber trotzdem im Körper locker bleiben. Weil man muss ja auch noch die 2000 Meter zu Ende rudern. Man kann nicht nur Sprint hinlegen und dann geht es weiter. Deine Partnerin, wir haben es eben schon angesprochen, ihr seid noch relativ, oder noch nicht so lange zusammen. Fünf Wochen, glaubst du, glaube ich, gesagt. Finde Sturm. Wie seid ihr zusammengekommen? Ich glaube, das ging auch über die Deutschen Meisterschaften, über den Einer dann. Genau, über Ranglisten. Wir hatten dann die ersten vier Leute eingeladen. Also die Bundestrainer haben die ersten vier Frauen eingeladen zum Training. Da haben wir zwei Wochen trainiert. Und dann gab es ein Ausstellungswochenende, an dem jeder mal mit jedem gerudert ist. Und da hat sich eben unsere Kombination als die Schnellste herauskristallisiert. Weil so einfach ist, dass man die beiden Schnellsten im Einer zusammen in den Zweier steckt. Und die harmonieren dann und sind auch die Schnellsten. Ist jetzt in dem Moment der Fall, aber ist nicht immer so, oder? Genau, das muss nicht immer so sein. In dem Fall unser Glück. Das heißt, wie geht es jetzt noch weiter in dieser Saison? Also wir hatten ja jetzt den Weltcup in Polen. Wie geht es weiter? Genau, also in zweieinhalb Wochen steht ja der Weltcup in Luzern an. Und dann werden wir eine Woche davor nochmal in Berlin trainieren, da ich dann Sommerferien habe. Und dann auf meine Partnerin quasi zugehen kann, die ja in Berlin an der Charité Medizin studiert. Und deswegen kann sie dann quasi Uni und Training miteinander verbinden, während ich dann eben frei habe und da auch sein kann. Und dann werden wir in Luzern quasi die interne Quali fahren, um dann uns für die Weltmeisterschaften in Sarasota zu qualifizieren. Das heißt, das ist das große Ziel in diesem Jahr? Genau. Jetzt hast du eben schon gesagt, du hier lebst und wohnst hier in Frankfurt, Fini in Berlin. Wie schwierig ist das da mit der Trainingskoordination? Ja, natürlich war es jetzt immer schwierig, da ich halt freitags auch sehr lange Schule habe und dann immer erst Freitagabend oder Samstag zum Training konnte und dann auch Montag schon wieder zurück musste. Das heißt, es ist immer angenehmer, wenn meine Partnerin zu mir kommt, da können wir ein bisschen mehr Zeit ausnutzen, wenn sie schon früher Unischluss hat. Ja, es ist natürlich ein Problem, aber ich glaube, dass ein Zweier auch dann gut sein kann, wenn er sich nicht so oft trifft, sondern immer die Einheiten, die er, die wenigen Einheiten, die er hat, fokussiert, trainiert, glaube ich, kann einen auch schnell machen. Wie sieht es mit dem Training allgemein aus? Also von der Gewichtung, Ruderer verbringen ja auch viel Zeit auf dem Ergometer und auch viel im Kraftraum und natürlich auf dem Wasser. Wie habe ich mir so eine Einteilung vorzustellen? Also jetzt im Sommer ist natürlich sehr viel auf dem Wasser, einfach auch ruderspezifisch, Belastungen auf dem Wasser. Ansonsten wird zum Ausgleich viel Radgefahren im Laufen, auf dem Ergometer, vor allem im Winter und Krafttraining auch eher Fokus im Winter. Jetzt eher so kurze Schnellkrafteinheiten im Kraftraum. Und wie sieht das dann im Winter aus? Im Sommer ist klar, da verbringt man viel Zeit und wahrscheinlich dann auch gerne draußen auf dem Wasser. Aber im Winter könnte ich mir vorstellen, macht das auf dem Wasser nicht mehr ganz so viel Spaß. Ja, im Winter ist es schon ätzend dann auf dem Wasser, wenn es so kalt ist. Dann verzieht man sich doch lieber mal aufs Ergo, weil das auch nicht gerade die Lieblingseinheit der Ruderer ist. Aber ja, man gewöhnt sich dran und man hofft, dass der Winter schnell vorbeigeht, dann vielleicht noch das ein oder andere Trainingslager im Süden stattfindet. Dann überlebt man den Winter ganz gut als Ruderer. Ist es denn so, dass selbst so erfahrene Ruderer wie du jetzt auch immer noch an der Technik feilen? Oder ist es dann ab einem gewissen Level wirklich eine reine Kraft- und Ausdauersache? An der Technik feilen wir eigentlich immer. Also auch wenn mein Trainer sagt, es ist nur noch Feintuning. Aber ja, doch. Also ich denke, man kann sich immer weiterentwickeln. Und da werde ich auch immer weiter daran arbeiten. Und ja, Kraft und Ausdauer ist natürlich, das ergibt sich dann so nebenbei. Du hast gesagt, weiter daran arbeiten. Du arbeitest auch jetzt schon an der Karriere sozusagen nach dem Rudern. Du machst das Referendariat als Lehrerin. Spielt da der Sport oder Rudern dann auch an der Schule noch eine Rolle für dich? Ja, auf jeden Fall. Ich versuche, meine Schüler zum Rudern zu motivieren. Hoffe dann nächstes Jahr vielleicht sogar meinen Oberstufenkurs in Sport zum Rudern zu aktivieren. und möchte natürlich, dass meine Schule da aktiv wird, da wir das Schulruderzentrum haben in Frankfurt. Ja, also ich brenne für den Sport und ich glaube, das kann ich auch vermitteln meinen Schülern. Ist es denn schwierig, Nachwuchs- oder Schüler im Allgemeinen, Jugendliche, fürs Rudern zu begeistern? Ich denke, man kann sie schon begeistern. Das Problem ist nur wirklich dann auch gute Athleten zu bekommen, da wir mit dem Rudern ja relativ spät anfangen. Da haben viele Schüler schon ihre Sportarten, ihre festen Sportarten, wenn sie denn eine haben. Also ja, das Rudern ist halt relativ spät, so mit 14, 15, dass man da so richtig anfängt. Da haben die meisten Sportarten ja schon ihre Leistungssportler auserkoren. Und ja, aber trotzdem. Das heißt, wenn du sagst 14, 15, wann fangen so die Jüngsten an und steigen in ein Ruderboot? Also ich sag mal, bei uns in der Germania, glaube ich, sind die Jüngsten so 11, 12, das sind die Kindergruppen. Aber ich sag mal, ab Juniorenjahren mit 15 geht es dann los, dass man auch größere Regatten fahren kann. Und dann die Junioren-EM ist ja dann für 17, 18-Jährige. Dann sind wir mal gespannt, was sowohl das Schulprojekt ergibt, als auch natürlich deine weitere Karriere, sowohl in diesem Jahr als auch dann weiterblickend. Weil das olympische Boot, du hast es angesprochen, ist das einzige und 2020, vielleicht klappt es ja dann sogar mit den olympischen Spielen. Dankeschön, dass du heute bei uns warst. Liebe Zuschauer, das war es wieder von uns von der Sportshow. Wir gehen jetzt in eine Sommerpause und sind dann aber rechtzeitig, bevor die großen Sportarten, die ganzen Ballsportarten wieder anfangen, wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.